Hier landen wir jetzt in Frankfurt. Vom Start her haben wir gar nichts gemerkt. Ich bin mal gespannt, wie die Landung jetzt ist. Ob die leicht und schön geht. Hallo, ich bin der Hubert. Und immer schön unten auf Gefälltbild drücken, dass ihr auch die weiteren Filme seht. Ich habe nämlich jede Menge und kann euch viele Reisetipps geben. Bis dann. Und jetzt kriegt ihr die Landung vom A380 mit der Emirates noch mit. Das hat fast nichts gemerkt. Einwandfrei. Wahnsinn. Wie geplant. 249. 249cm. 249cm. 259cm. Vielen Dank.